Mit The Walking Dead. Mit was? Wir müssen den Stein suchen, wo Walking Dead draufsteht. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Nachmachen? Ja, das weiß ich. Ja, okay, gut. Sie fangen es an. Sie fangen es an. Seit Elster rum. Seit Elster rum. Seit Elster rum. Seit Elster rum. Heyo aus Woodbury. Seit Elster rum. Seit Elster rum. Seit Elster rum. Seit Elster rum. Ja, das kannst du machen. So, jetzt haben wir nochmal hier. Sight Seen Pictures. Von der Mitte der Straße. Von der Mitte der Straße. Ja, das ist so. Als wir mit ihr nehmen clips. Kasi. Kasi Taas. P fut Rot Michasoli. Herkam Fall paycheck. Seit Elster russ Danion. Erkam! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Möbel, Angelsachen. Jede Menge Angelsachen. Kannst du mir mitbringen. Habe ich auch gerade gesagt. Wir wissen noch nicht, wie wir über die Straße kommen. Jetzt haben wir uns entschieden. Wir gehen jetzt schwimmen. Da hinten war eine Toilette gewesen. Willst du jetzt da hin? Nee, ich sag's ja nur. Du darfst ja nur erstmal rüberlaufen. Und dann gucken wir mal. Im Gänsemarsch und im Misch. Beides bleibt halt hier. Was haben wir heute Mittwoch? Und wir sind noch hier bis Samstag. Ja, also auf jeden Fall keine Wolken. Hier, guck mal, Schatz. Alles Muscheln. Guck mal, alles Muscheln. Ja, das ist ja ein Baumittel, was hier vorhanden ist. Ein günstiges vielleicht. Ist das warm. Ist das in Deutschland auch so warm? Ich glaube nicht, oder? Also ich hätte jetzt gar keinen Bock, im September zu Hause zu sitzen und zu arbeiten. Was auch immer für ein Wetter, ne? Da fände ich das schon viel cooler. Hallo.